tryhard plus was geht youtube und herzlich willkommen heute ist der einzige tag dieser moment wo wir an einem tag zwei verschiedene spiele hochladen bei anton gibt es mw3 das natürlich auch mit am start und bei mir gibt es auch mal aw weil es mir letztes mal so viel spaß gemacht hat und wir machen heute ein sniper video an ww anton meinte in aw macht snipen hella bock und ja man kann dir mal mehr skinnen der diamant nennt sniper das sieht heftig aus alles selber erspielt oder ja klar ich habe ja eine sniper only dna geschafft im sniper modus damals ich habe auch eine gemacht damals weißt du warum ich meinen nie hochladen konnte ich hatte die ergaltung gar nicht laufen habe sharebutton gedrückt außerdem zweimal vier gedrückt und den clip damit direkt gelöscht cool ne das ist so ein choke gewesen über mir ist einer aber den versuche ich jetzt meine ruhe zu lassen boah direkt mark hat das vergeltung ich habe fast ich weiß schon was du versucht hast wo ist denn jetzt auch hier ich hätte fast collet gemacht ja das snipen hier allein wie sich das anfühlt hatte der erste schuss hat schon so viel spaß gemacht aber man muss diese waffe auch nicht nachladen ne ne du hast ja geradezu verschloss ja das ist voll geil digga man kann dich ja so nice snipen intervention musste man ja trotzdem damals nachladen auch wenn die geradezu verschloss war aber ich muss erstmal klarkommen und erstmal in modus kommen digga what the fuck ist das ich habe alle gequick scoped digga was kommt ich habe noch ein emp digga dann kann ich nicht hochjumpen wollen die easel snipen was the fuck ist das klar alles klar hitmarker in den kopf das war es komplett jetzt habe ich auch mal einen hier digga in die mitte komm das war es komplett digga das war der unfairste snipe den ich jemanden verteilt habe also leute wenn der nicht drauf war dann bin ich der weihnachtsmann okay alles klar digga hey was das war ein collateral digga ich dachte ich habe gar kein geblieben wurde doch nicht hä mir wurde gar keine angezeigt anton hä wurde kein kill angezeigt aber das ist immer so wenn du die letzten kill hast werden die punkte angezeigt das game ist einfach unser so leute detroit ist angesagt osternfall digga heute oh digga was war so okay jetzt ahahaha schön mit der eigentlich müsste ich mit der pistole spielen bis ich eine drohne habe eigentlich mit der tryharder klasse spielen bis wir eine drohne haben und dann snipen digga das war es für dich komplett oh digga thermale ist schon geil machst du ja ohne schuss oh war das ein collateral? ne aber passt halt marka verdammt digga aber ich habe nie so schlecht geboostet oh mein gott nein ich habe so einen millimeter in seinen kopf vorbeigeschossen das wäre so nein digga ich bin vier vor drohne das wäre schon ein erfolgserlebnis jawoll was alles klar alles war's komplett okay komm anzurent steig dich an ich will der allerbeste sein ich hab noch 50 punkte ja ok den muss ich jetzt eigentlich auch von hinten easy sneaken wo ist er? wo ist er? Ah, letzten Kill zur Drohne. Hast du Drohne? Ja. Horaus. Lol, hier ist der... Ich komm end's nicht klar. So, okay. Hast du den? Nein, Hitmarker. Jetzt hab ich ihn. Nice. Okay, jetzt geht's los, Anton. Ich bin auch 1-2 Drohne. Nice, ich hab auch wieder genau los. Ab Drohne. Ah. Anson Quickscope verpasst den Felschplatz. Oh mein Gott, war das ne nice Szene. Oh mein Gott, war das ne nice Szene, ey. Ich hab perfekt... Ich hab auch gnadenlos. Nein. Digga, kommt noch ein Svenster, Mann. Challenge der? Challenge der in Svenster? Ich... ich Hartscope so hat das. Hartscope macht das so Spaß. Ich hau mal EMP raus. Hast du auch ne Drohne noch? Ich hab grad schon rausgehauen. So, okay. Ach, die hält ja dann länger, gell? Warte mal eben. Oder? Warte mal, Anton, warte. Boah, zwei... Warte mal, Anton. Ich bin so lustig, wie ich grad spiele, Digga. Du bist... Ob ich ein paar Marsch so snipen würde, wie ich gerade, würde er 10.000 Dislikes auf dem Video kassieren. Echt, oder? Digga, weil ich nur mit Pistole gerade gespielt hab. Ich hab... ich hab 16er Streak, Bro. Nice. Was machen die denn dahin? Wo sind die? Ich spiele halt nicht so auf der Überquickscope Basis. Ich... ich Hartz vor schon auch viel, aber... Was? Fuck, Digga... Ah, jetzt kam er von der Seite, Digga. Shit. Das war Anton, Digga, warte mal. Er ist direkt hier neben mir. Oh mein Gott, Gwarbing. Ich hab Skope los, warte mal. Was? Wir sind in dem Haus, was sei denn? Drei Leute. Oh! Ich hab Drohne. Wow, Bang. Oh mein Gott, Marcel, ich kann Feed machen! Drei! Vier! Sauber. Bei mir darfst auch richtig stabil, Anton. Ich könnte DNA schaffen. Digga, wir haben gerade, äh... Bro-Feed gemacht, Digga. Wir haben vier Kills mit Sniper gemacht. Oh Gott, warte mal, warte mal, warte mal, ich sind alle neben mir. Nein, warte, warte. Die sind alle hier, Digga, was ist das? Unachgiebig. Oh mein Gott, Anton. Digga, Anton, das macht so Spaß, ne? Warte, ich kann die Streak, ich kann's schaffen, ich muss mich beeilen. Der Beste hier, 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 ist aber hier. Soll ich ihn holen? Ja, nice, du hast ihn so vor meinen Augen gesniped. Warte. Wechsel auf PDW, was er kommt. Gehen. So ein Turn-On verfasst. Ist noch einer vor mir, warte, chill, chill, chill. Soll ich dir helfen? Der ist da drin, der ist da drin, der bewegst dich. Ja, der meiste. Noch einer rechts gespawnt? Ja, warte, warte. Warte, warte, Digga. Oh mein Gott, das war so ein heftiger Snipe. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nicht, nicht, nicht. Ich hab ihn, Masai, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, Digga. Digga, warte. Du hast so einen Quickscope gesaved. Warte. Warte, Anton. Warte, Anton. Woli, nur Masai mit PDW. Komm, dropschuldigung vor meinen Augen. Nice. Warte, warte, Digga. Hier ist ein Geschütz, Digga. Aber letzter Kill muss schon. Ja, ja, ja. Geh da nicht raus, geh da nicht raus. Nein, ich geh da nicht raus. Spätes Geschütz. Ich hab einen Hitmarker gegen den Gegner. Warte, warte. Hast du Geschütz kaputt? Warte, warte, Digga. Ja, die sind eh nicht hier. Masai, du musst dich beeilen. Killz, killz, killz. Mach sofort Killz. Naja. Du musst es reckless gehen. Hab den, ey. Habst du die letzten beiden gesnipet? Das war's komplett. Ich lasse die Killz für die Abschusskavala mit denen, ey. Ein kill. Nice. Let's go, baby. Hast du den Share-Button gedrückt? Das war's komplett. So. Ah, das waren die zwei Kills, ne? Wow. Guck mal, vielleicht hab ich ihn sogar noch hier geholt. Warte. Oh mein Gott! Das war der Snipe, oder? Ne, ne, ne. Ah, ne, das wär geil gewesen. Aber den ersten hast du gesnipet. Ja, ich hab auch die letzten Kills wirklich auch mit Sniper gemacht, Digga. Boah, sogar Flawless, Digga. Das war's dann komplett. Ach ja, Anton, kennst das doch. Einfach mal im Video die Live-DNA mit der Sniper zu machen. Wieso, Freunde? Jetzt, äh, würde ich sagen, nach der Runde eben, kann man jetzt ganz gediegen spielen. Mit Tamal. Danke für deinen Support, Anton, gerade noch. Du hast mir ein paar... Du hast mir ein bisschen Motivation zugesprochen, auch wenn ich mit der PDW so viele... Wobei, ich glaub, 50-50, würd ich sagen, war's. Immerhin. Okay, Leute, Tamal hab ich jetzt echt... Er hat ein Schild, Digga. Und der andere läuft hinter ihm. Oh mein Gott, Digga. Wie peinlich ist das denn? Was ist das für'n Spielstil? Das war's komplett. Oh mein Gott, Digga, der Headshot. Oh, warte mal. Na, ich werd geboxt, Mann. Nein, das ist nicht... Lass einfach so easy... Der hat... Der hat Schutz dafür. Marker? Boah. Ich hab ihn across the map geholt, ohne dass man ihn... Man hat ja nicht gesehen mit Tamal, ne? Ja, eben. Bis vieler war aktiv. Digga, der hat das auch. Ah, der hat das auch, Digga! Wir haben hier einen Balls. Wieso, wir würden natürlich einen Heatschweihasen. Nee, nee. Das ist ja sowieso nicht. Oh! Call it, oder? Oh mein Gott. Drei Leute sind auf mich gefrostet, Digga. Und alle so in drei verschiedenen Richtungen. Einer links, einer rechts und einer über mir. Das sieht total aus. Ich will die ganze War Riden, Digga. Ich wollte seinen Kopf... Man kann auch so einen Kopf zerstampfen, wenn man schon oben auf einen drauf springt. Ja, ja, kann man auch. Das ist so endsheftig. Warte im Übrigen, wie ihr wahrscheinlich hört, an dem was ich so sage, nehmen wir das Video auf, nachdem ich bei Anton war. Denn, ähm... Der Münchner Slang ist am Start. Genau. What? Der war schon tot, oder was? Alles klar. Digga, das ist ja komplett krank hier. Wenn du früher Tamal hattest und die Gegner waren geschützt, dann konntest du die wenigstens noch ein bisschen sehen, Digga. Hier sieht es so aus, als ob die dann geschwärzt werden, oder so. Boah, Digga, ich hab so ein Thermal versucht, ja. Ich hab das zu geil. Irgendwas mit geschwärzt, Digga. Ich hab gesagt, wenn du hier Tamal hast, also bei alten CODs war es ja so, wenn du Tamal hast, und der Gegner hat Schutz davor... Achso, das war so schwarz-weiß, ne? Naja, hast du den zumindest noch irgendwie gesehen, Digga. Aber hier siehst du ja gar nichts mehr dann. Aber in MV2 wäre Tamal schon auch geil. Mit Barrett auf dieser einen Regenmap, Digga. Auf Underpass, oder wie das hieß. Underpass, ja. Digga, warum snipen die auch alle? Die merken irgendwie, dass wir snipen, ne? Ja, vielleicht auch, dass sie die ganze Zeit durch die Sniper sterben. Ja, schon, aber... Ich mein, wenn ich gegen ein Sniper spiele, dann... ...schwitze ich trotzdem mit Ei. Und hier mal ist weiter. Digga, der wollte sterben, Leute. Alter, Marcel, ich bin jetzt schon mal eingespielten. Boah, ich jetzt grad auch, Digga. Nein, Digga, du rapest dich zu krass, Digga. Das ist mir unangenehm. Ist ja nicht ansatzweise auf Augenhöhe. Oh mein Gott! Digga, die sind alle in der Mitte, und ich mach keine Sniper-Kills diese Runde, Anton. Nicht... Oh ja, es kommt hier einfach, Marcel. Ich probier gar nicht zu hart, aber... Das macht doch nicht einfach gut. Boah, Digga, QX überhaupt macht der Endspark. Hä? Oh, was? Das wär so'n nicer Kill gewesen, und ich geb' den Hitmarker. Ich geb' ihn Hitmarker. Ja, es hat... Oh! Bro, McChain, er hat's so kassiert für sein Leben, Alter. Auch Drohne. Ja. Er ist über mir irgendwo. Hier, er hat's auch verkackt. Oder hab' ich verkackt? Wir wissen's noch nicht. Alter, Mann, Cut, Digga, es macht so'n Bock, hier zu snipen, Alter. Ich mach' die ganze Zeit wie er nur um Pistole die Killst, Digga. Joll, du hast nur vier Tode bis jetzt. Ja, weil ich mit Pistole jeden Kill mache. Alter, Marcel. Oh, was Hitmarker! Oh, jetzt hast du ihn gefinisht. Oh mein Gott, Anton. Nein! Hitmarker, das geht nicht sterben jetzt. Nicht sterben, Marcelo. Nicht sterben. Die kommen alle hierher, die kommen alle hierher. In der Mitte, oder? Ja, die kommen alle hierher. Oh, es war schon der 100. Kill, Alter. Guck mal, wie würdig der war. Hab' ich 20 Kills eigentlich? Nee, oder? Oh doch, ich hab' 26. Guck mal hier, wie würdig der Kill war. Tja, moin. Man hat das Sniper-Trickshot am Start. Okay Leute, lasst dem Video gerne ein Like, da würd' ich mich freuen. Checkt AntonsMW3-Video von heute ab. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.